Hallo, mein Name ist Carolina. Und ich heiße Leon. Seid ihr bereit für einen Rundflug durch unsere Schule? Auf geht's! Auf fünf Etagen lernen wir in einem modernen Schulgebäude. In den Pausen spielen wir Fußball, Federball oder Füßball. Jeden Dienstag treffen wir uns außerdem zur neu gegründeten Tischtennisliga und spielen um die Meisterschale der Schule. Die riesige Tachterrasse bietet die Möglichkeit, ungestört im Freien zu lernen oder um nach dem Mittagessen noch etwas zu chillen. Unsere Mittagspause ist 40 Minuten lang, damit jeder die Chance hat, in Ruhe zu essen. Aber auch für Veranstaltungen wie Auftritte der Theater AG, Konzerte der Bläserklasse oder unser traditionelles Weihnachtssing nutzen wir die Mensa. Musik Egal ob Fitness, Mannschaftsspieler oder Fitness, Mannschaftsspieler oder Fitness, Mannschaftsspieler oder Fitness. In der großen Zwei-Felder-Turnhalle treten wir uns nie auf die Füße. Musik Karo, manchmal ist es echt schwer allein zu lernen. Naja Leon, bei uns kannst du jeden Tag in die Bibliothek gehen und im offenen Klassenzimmer deine Aufgaben erledigen. Und die Schulsozialarbeit hilft dir dabei. Musik Musik Im Turnstudio produziert das Schülerradio seine Beiträge. Musik Und direkt nebenan üben die Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen für ihre Auftritte. Musik Wir hoffen, euch gefällt die 56. Oberschule genauso gut wie uns. Bis bald! Ausatmen Musik Untertitelung des ZDF, 2020